5.4.2024, wir befinden uns im dritten Jahr und davon Tag 42 des Ukraine-Krieges. Herzlich willkommen, ich begrüße Sie zum täglichen Lagebericht. Die Ukraine hat gestern Abend einen massiven Drohnenangriff auf dem Flugplatz bei Morosowsk und Engels 2 gestartet. Satelliten Bilder zeigen um die 34 Kampfstätten, die sich zu diesem Zeitpunkt dort befunden haben. Die Ukrainer behaupten, mindestens sechs zerstört haben zu können. Vor allem Engels 2 sollte keine Überraschung sein, da haben die Ukrainer schon vor einigen Wochen einmal einen größeren Angriff gestartet, jedoch ohne Erfolg. Wie dieser Erfolg dort aussieht, wissen wir nicht, denn es wird nur von sechs zerstörten Flugzeugen geredet und nicht vom zerstörten Flugzeugtypen. Engels 2 ist aus dem Grund wichtig für die Ukrainer, da Langstreckenbomber stationiert sind. Vor allem aber Su-34 und 35 Jäger sehen wir sehr stark auf den Satellitenbildern. Die Ukrainer griffen hauptsächlich mit Drohnen an, während die Russen behaupten, über 40 davon abgeschossen zu haben. Das sind bei Weitem nicht alle Drohnen, die genutzt worden sind, also können sie sich die Masse des Angriffs etwas höher einschätzen. Interessant dabei ist aber auch diese Aufnahme einer Drohne mit Lautsprechern, die während dem Angriff mit Musik die Umgebung behalte. Erinnert mich etwas an die Szene bei Apokalypse Now, bei der die Amerikaner während ihrem Angriff auf ein vietnamesisches Dorf auch Musik von Wagner abspielten. Bei Nivelles konnten die Ukrainer die Russen aus dem Süden zurückdrängen. Dabei handelt es sich um das kleine Stück Land bzw. das kleine Stückchen Wald, welches hier unter ukrainischer Kontrolle ist. Wie ich letztens schon voraussagte, werden die Russen parallel zu Pervomais auch noch die Umgebung hier bei Nivellesk angreifen. Fällt dieser Ort, dann gibt es weiter im Westen kaum Verteidigungsanlagen, weshalb die Russen dort wahrscheinlich vorrücken könnten. Warum sage ich könnten? Naja, das ist ganz einfach. Man vermutete ja auch einen recht schnellen russischen Vormarsch im Westen von Avtjevka und dort stecken sie auch schon seit sieben Wochen fest. Und zwar an Orten, an denen sie nicht einmal die erste Verteidigungslinie der Ukrainer vorfinden, da das noch Orte sind, welche zum Flankenschutz der Stadt selbst gehörten. Dieser russische Soldat behauptet in einem selbst aufgenommenen Video, die dümmste Sprengfalle der Welt gefunden zu haben. Zu meiner Überraschung hat sie noch funktioniert, zumindest behauptet er das. Anscheinend haben die Ukrainer eine Sprengfalle im Wald mit einer Türklingel an einem Baum befestigt, also eine ganz normale Türklingel, wie sie jeder von uns kennt, wurde an einem Baum festgemacht und ein Kamerad ist dann hingegangen und hat natürlich draufgedrückt. Die Falle hat ausgelöst, hat seinen Zweck erfüllt und er regt sich darüber auf, wie man nur so etwas reinfallen kann, bis er am Ende sagt, dass er selbst draufgedrückt hätte. Leider kein Nachweis von der Sprengfalle, aber dennoch interessant, was man so alles aus den Kriegsgebieten zu hören bekommt. Ihre Meinung ist dabei natürlich wieder gefragt, was meinen sie denn? Propaganda oder tatsächliche Blödheit? Bei Nome Mikhaevka konnten die Russen die Gebäude im Norden erobern. Sie werden nun versuchen, über die nächste Zufahrt einzudringen, um den Ort dann komplett zu besetzen bzw. wieder zweizuteilen, so wie sie es ja auch am Anfang hier hatten. Die Ukrainer haben noch im Norden eine Verteidigungsstellung, die recht gut besetzt ist und sich auch sehr gut halten kann, ähnlich wie die etwas kleinere im Osten, die aber bereits gefallen ist. Ansonsten wird der Ort noch im Westen von der Ukraine verteidigt und weiterhin von Kostyantien versorgt. Es wurde sich ja schon öfter gewünscht, aus dem Grund schauen wir morgen einmal die Schwachstelle der NATO an. Deshalb können Sie gerne die Glocke aktivieren, damit Sie informiert werden, wenn das Video erscheint. Unterstützen den Kanal gerne mit einem kostenfreien Abo oder wenn schon erfolgt mit einem Daumen hoch. Sie sind spitze, vielen Dank für Ihre Unterstützung. Dieses Ungetüm ist ein ungebauter russischer T-72 mit einem Cop-Cage, einem Netz gegen Drohnen, weiteren Tarnnetzen, Reaktivpanzerung und dann besitzt es noch eine Einweckplatte obendrauf, die dann noch jegliche ELUKA-Maßnahmen aufgebunden bekommen hat, damit ja keine Drohnen das Ding treffen kann. Die Ukrainer der 60. Brigade geben zu, dass ihre Drohnen auf unterschiedlichen Frequenzen kaum eine Chance hatten, diesen Panzer, der eine ganze Kolonne anführte, zu treffen. Zerstört wurde er trotzdem durch eine etwas größere Drohne, die die Ukrainer aber erst heranschaffen mussten und mit der sie auch Schwierigkeiten hatten, das Ziel zu treffen. Es ist etwas schwammig beschrieben, aber ich gehe davon aus, dass sie das Ziel anvisierten, auf das Ziel losflogen, dann den Kontakt zur Drohne verloren haben, kurz bevor sie aufschlug, sie aber dennoch das Ziel treffen konnte. Das heißt, auf die letzten Meter gab es eben keine Manövrierfähigkeit mehr. Die Russen versuchen also dem Führungsfahrzeug mittlerweile einen Störsender aufzubinden, damit dieses die Nachfolgenden schützen kann. Wie gut das funktionieren wird in der Zukunft, meine ich natürlich, bleibt natürlich abzuwarten. Wir sehen ja selber, die Russen haben dasselbe mit der Infanterie auch versucht, dass sie in jeder Gruppe einen Drohnen-Abwehrspezialisten haben, der auch mit so einem Störsender auf dem Rücken herumläuft. Das hat nicht so gut funktioniert. Diese wurden meistens getötet oder ihre Kameraden starben aufgrund der fehlenden Abwehrmaßnahmen, die ihr Paket eigentlich versprechen sollte. Wie das jetzt bei Panzern aussieht, ist natürlich eine ganz andere Sache. Sie sehen ja selber, das was der Panzer da mitträgt, trägt kein Infanterist der Welt alleine. Westlich von Bachmut konnten die Russen bisher keinen der drei Wellenbrecher durchbrechen und erleiden hohe Verluste, während die Ukrainer die Stadt Schasevjahr in ihren Vororten verteidigen. Nun sind sie aber erstmals in das Ranggebiet des zweiten Wellenbrechers Kalinina gelangt. Der Druck steigt deutlich und bei Ivaniv scheint es allgemein betrachtet am schlechtesten für die Ukrainer zu laufen, denn dieser Ort ist fast vollständig bzw. 70% von den Russen erobert worden, während Bodanivka schon seit Monaten stillsteht und Kalinina nun eben als neues Ziel erreicht wurde. Russland steigert immer weiter die Kriegswirtschaft und ist mittlerweile in der Lage, genug Munition an die Front zu bringen, um deren Soldaten halbwegs ordentlich verstärken zu können. Sie erinnern sich ja, vor ungefähr einem halben bis dreiviertel Jahr hatten die Russen auch große Probleme bei Artilleriemunition, aber nun ist dieses anscheinend behoben. Das gilt also nicht nur für Handfeuerwaffen, sondern eben mittlerweile auch für Artilleriegeschosse. Auch wenn einige davon aus Nordkorea sind und ebenfalls einige Drohnen aus dem Iran, hat Russland es ohnehin geschafft, mit diesen Ländern Deals einzugehen, die für eine Versorgung ausreichen. Bei den Panzern und gepanzerten Fahrzeugen sieht es aber etwas schlechter aus. Russland kann Fahrzeuge nicht 1 zu 1 ersetzen, wenn diese an der Front verloren gehen, was aber nicht bedeutet, dass das für immer so bleiben wird, da sie auch hier ihre Produktion steigern können. Was ihnen aber ausgeht, sind die Spezialisten und gut ausgebildeten Soldaten an der Front. Die meisten VDV-Kräfte der Russen opferten sie in den ersten Kriegsjahren und diese wurden dann auch durch Frischlinge ersetzt, die eben nicht dieselbe Spezialausbildung hatten. VDV-Truppen sind übrigens Elite-Soldaten wie Luft-Lande-Truppen auf russischer Seite und diese wurden aber wie gesagt in den ersten Kriegsjahren fast vollständig zerstört. Das, was Russland gerade an die Front wirft, sind Menschen, die nach eigenen Aussagen ein bis zwei Wochen trainiert wurden. Jetzt haben sie zwar die Waffen, aber keine gut ausgebildeten Soldaten. Wie sich das auf den Krieg auswirken wird, bleibt natürlich abzuwarten und ist meiner Meinung nach sehr spannend. Natürlich brauchen wir uns auch nichts einzureden. 100 schlecht ausgebildete Soldaten mit Munition kommt dennoch besser voran als zwei Soldaten, die gut ausgebildet sind und wahrscheinlich unter hohem Munitionsmangel leiden. Dennoch wird diese ganze Sache den Krieg lange hinauszögern und hat ja auch politische Konsequenzen bzw. Konsequenzen der Bevölkerung, da ja die Opferzahlen immer weiter in die Höhe steigen. Damit bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Lagerbericht.